Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und vor allem auch die Chancen und Anwendungsfälle für die Industrie. Heute möchte ich euch das Tool Leonardo AI vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Tool zur Bildgenerierung. Das heißt, es gibt die Möglichkeit aus Text Bilder zu generieren, Text-to-Image. Man hat aber auch die Möglichkeit, Bilder als Input zu benutzen und diese entsprechend zu verändern. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Hier seht ihr die Startseite von Leonardo AI. Ich hatte in einem anderen Video auch schon einmal das Tool Midjourney vorgestellt. Im Gegensatz zur Midjourney kann Leonardo AI auch kostenlos genutzt werden in einem bestimmten Umfang. Man bekommt entsprechende Tokens, die jeden Tag wieder neu aufgefüllt werden. Und mit diesen Tokens kann man dann entsprechend Bilder generieren. Das einfachste Beispiel ist hier auch wieder das Thema Text-to-Image. Ich kann einen Text eingeben und erhalte daraus ein entsprechendes Bild generiert. Das versucht, die Dinge, die ich textuell beschreibe, in dem Bild darzustellen. Man muss dazu sagen, dass das Ganze auf dem Open-Source-Modell Stable Diffusion basiert. Aber die Community und auch Leonardo selber diese Modelle nachtrainiert hat. Und es jetzt eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle gibt, die unterschiedliche Stilrichtungen adressieren oder auch unterschiedliche Elemente nachtrainiert haben. Das Ganze ist tatsächlich etwas komplexer, als es bei Midjourney der Fall ist. Wir haben hier, wie ihr seht, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die ich jetzt einmal ganz kurz erläutern möchte. Hier oben ist die Eingabemaske für den Text. Wir können hier beispielsweise auch das altbekannte Beispiel von einer Katze auf dem Mond wieder nutzen und einmal schauen, was jetzt in der Standardeinstellung dabei rauskommt. Auch hier werden standardmäßig vier Bilder auf einmal generiert. Das Ganze kostet jetzt hier vier Tokens. Das heißt, ich habe von meinen 150 Tokens noch 146 Tokens übrig. Und wie wir jetzt schon erkennen können, ist das Ergebnis schon deutlich anders, als es bei Midjourney der Fall war. Das Ganze, würde ich sagen, sieht deutlich weniger realistisch aus. Die Qualität ist auch nicht ganz so gut. Hier beispielsweise ist ein seltsames Hybrid aus einer Katze und einem Astronauten dargestellt worden. Und da schauen wir uns einmal an, warum das so ist und wie man das Ganze verbessern kann. Wir haben hier links die Möglichkeit einzustellen, wie viele Bilder wir pro Generierung erzeugen wollen. Im Standard sind das wie gesagt vier, aber man kann bis zu acht Bilder auf einmal erzeugen lassen. Wir haben einmal die Möglichkeit, einen Modus, der sich Photoreal nennt, einzustellen. Das ist tatsächlich kostenpflichtig. Das ist also nur für die User verfügbar, die ein Monatsabo anschließen. Genauso ist es mit Alchemy. Das sind auch im Prinzip Veränderungen an der Bildgenerierungspipeline, die Leonardo vorgenommen hat, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Dann haben wir hier auch noch die Einstellungsmöglichkeit, ein Bildseitenverhältnis anzugeben, beziehungsweise die Auflösung des Bildes vorzugeben. Die Modelle wurden im Standard mit einer Auflösung von 640x832 Pixeln trainiert. Deshalb ist das die empfohlene Einstellung. Man kann aber auch quadratische Bilder erzeugen lassen. Dann gibt es noch PromptMagic. Dadurch wird aus dem ursprünglichen Textprompt, den wir eingeben, ein genauerer, ein detaillierterer Textprompt erzeugt, auch mit Hilfe von generativer KI. Das Ganze ist dann doppelt so teuer, wie ihr seht. Ich würde jetzt acht Tokens bezahlen für die Generierung. Aber wir können einmal ausprobieren, was dabei rauskommt, wenn wir PromptMagic aktivieren. Wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, die mit der Einstellung PromptMagic erzeugt wurden, dann würde ich sagen, ist das Ergebnis schon besser. Es reicht aber natürlich, wie ihr seht, nicht an das Ergebnis heran, wie mit Journey es ausspuckt. Wir haben dann noch die Möglichkeit, einen negativen Prompt einzugeben. Wir können also sagen, dass wir beispielsweise keinen Astronauten sehen wollen. Und gleichzeitig können wir auch verschiedene Modelle auswählen, mit denen das Ganze generiert werden soll. Die mit Alchemy V2 gekennzeichneten Modelle sind nur beim kostenpflichtigen Abo verfügbar. Aber es gibt auch andere Modelle, die beispielsweise kostenfrei genutzt werden können. 3D Animation Style beispielsweise. Und wenn ich dieses Modell nutze, dann werden die Bilder aussehen, als wären sie 3D animiert, wie man das beispielsweise auch von Disney-Pixar-Filmen kennt. Und hier sehen wir das Ergebnis. Das sieht schon deutlich besser aus. Wie gesagt, kommt von der Qualität her im Standard noch nicht an Mid-Journey ran. Aber man hat hier die Möglichkeit, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und Dinge auszuprobieren, um dann zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Und das Wichtigste, man kann es kostenfrei testen. Man hat also die Möglichkeit, erst mal das Ganze auszuprobieren. Neben der Möglichkeit, auf Basis von Texteingaben, also Prompts, Bilder zu generieren, bietet Leonardo auch weitere Optionen, beispielsweise den Realtime Canvas, den wir uns jetzt einmal anschauen, wo ich tatsächlich auf Basis von Zeichnungen, die ich anfertigen kann, mir ein Bild generieren lasse. Das Ganze kann ich kombinieren mit einem Text-Prompt, beispielsweise einen schneebedeckten Berg einmal versuchen zu malen. Wir können über Creativity Strength einstellen, wie stark das Ergebnis von der Zeichnung abweichen soll. Und wenn wir sehen, wenn wir das erhöhen, dann haben wir hier rechts tatsächlich das Bild von einem Berg. Wir können auch Fotos reinladen, die dann als Referenz genutzt werden und je nach Einstellung bei der Creativity Strength dann entsprechend stark oder weniger stark verändert werden. Wenn wir jetzt beispielsweise mit anderen Farben arbeiten würden, dann tauchen gleich rechts entsprechend andere Sachen auf. Hier beispielsweise würde jetzt ein Planet auftauchen. Und so haben wir die Möglichkeit, ein Bild zu erzeugen, was viel mehr unseren Vorstellungen entsprechen kann, als es mit einem Text-Prompt alleine möglich wäre. Man hat hierdurch also relativ viel Kontrolle über das Ergebnis. Und je nachdem, was man als Input nimmt, kann sich das Bild dann entsprechend auch daran orientieren. Mithilfe dieser Tools haben wir also die Möglichkeit, sehr schnell neue Varianten auszuprobieren, sehr schnell zu iterieren und können dadurch dann auch unsere Arbeitsprozesse beschleunigen und vielleicht sogar zu neuen Ideen kommen. Probiert es also selber aus. Lasst uns wissen, ob ihr noch mehr Informationen zu diesem oder weiteren Tools haben wollt. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.